Seit seiner Trennung von Olivia Wilde gehört Harry Styles zu den begehrtesten Junggesellen Hollywoods. Einige Flirts wurden dem Sänger schon nachgesagt. Jetzt scheint sich Harry aber entschieden zu haben. Bestätigt er mit diesem Auftritt seine Beziehung zu Schauspielerin Taylor Russell? Paparazzi-Fotos zeigen die beiden bei einem Presse-Event im National Theatre in London für Taylors neues Stück The Effect. Dabei schienen die beiden unzertrennlich, verbrachten den gesamten Abend gemeinsam mit James Corden und seiner Frau. Wie die Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen, wich Harry Taylor nicht von der Seite, flüsterte ihr immer wieder etwas ins Ohr. Das Paar versteckte sich an diesem Abend definitiv nicht. Ist das nun die endgültige Bestätigung ihrer Liebe? Wie die Daily Mail weiterberichtet, wurden die beiden Schauspieler vom selben Wagen abgeholt und nach Hause gebracht. Harry Styles behält sein Privatleben größtenteils für sich. Auch die Beziehung mit Olivia Wilde thematisierte er so gut wie nie. Ein offizielles Statement zu Taylor Russell ist demnach eher unwahrscheinlich. Bookstab Musik 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 passer .